Wir sind die Eifel-Währen-Katastrophenhilfe aus Mayen. Wir sind ein bunt gemischter Haufen aller Hilfsorganisationen, die man sich vorstellen kann bei uns aus der Region. Und wir haben es zur Aufgabe gemacht, die Hilfsorganisationen deutschlandweit bei Großschadenslagen wie Hochwasser, Unwetter, Personensuchen, Evakuierungen zu unterstützen. Wir sind hier heute an der Nette im Mayen. Wir zeigen gleich mal eine kleine Übung und zwar werden wir Wasser zurückstauen mit frisch befüllten Sandsäcken und werden dann einen Flächenbrand simulieren und diesen dann mittels eines Wasserwerfers löschen. Unser Hilfsverein besteht aus sechs Männern und vier Frauen. Wir finanzieren uns aus Spenden, hauptsächlich, sind komplett ehrenamtlich und gemeinnützig veranlagt. Unsere Bandbreite fängt bei Hochwassereinsätzen an, geht über Evakuierungseinsätze bis hin zu größeren Flächenbränden, Überschwemmungen und wo man halt sonst die ganzen Hilfsorganisationen bei unterstützen kann. Für kleinere Einsätze ist unser Radius ungefähr 100 Kilometer. Bei größeren Schadenslagen wie wirklich Hochwasser wie damals in Magdeburg fahren wir dann auch nach Magdeburg. Wir waren bei mir im Ort in sehr vielen Kellern drin, die Keller auspumpen und mich hat eine Bewohnerin in einem Laden gesehen, hat erst nichts gesagt, ist an mir unauffällig vorbei, hat eine Kiste Bier geholt, mich hinter der Kasse abgefangen, mich in den Arm genommen, hat gesagt, vielen vielen Dank, dass es so gut mit euch und so direkt geklappt hat und hier habe ich noch eine Kleinigkeit. Das war also ein allein unbeschreiblich schönes Erlebnis, einfach mal zu hören, danke, habt ihr gut gemacht. Wenn du ein Mitglied von uns werden möchtest, darfst du dich gerne über unsere Facebook-Seite oder Instagram melden. Wir haben aber auch eine Homepage, die heißt www.eiferwehren-katastrophenhilfe.de Gäublech Gäublech EGT